Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VOR TRIATLON! Eine gute Balance zu haben heißt nicht, dass man niemals fällt. Man kann nur darauf vertrauen, auf den Pfoten zu landen. Doch selbst ein neues Leben sind irgendwann aufgebraucht. It´s Monetary Wrestling! Tagesgeschäft auf 0. Zombies haben 0 vor auf 0. Politik, Politik, Politik und immer weniger Affe-Elefanten und Pfoten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017